Herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir möchten euch heute die Anwendung Mittelbayerische vorstellen. Die gibt es für 1,79 Euro und damit bekommt ihr die aktuellsten Nachrichten, die Top-Themen und noch einiges weiteres. Das zeigen wir euch jetzt einfach mal, denn wir sind hier direkt auf der Startseite. Oben hat man einen kleinen Slider mit den wichtigsten Sachen aus unterschiedlichen Kategorien. Da unten geht es dann weiter mit den normalen Top-Themen und weiter unten werden diese ganzen Themen aufgelistet. Falls man sich jetzt sagt, da interessiert mich was, zum Beispiel Radprofi Schumacher, ich glaube da ging es um Doping, genau. Und dann kann man draufklicken, bekommt diese Information hier, kann das ganz einfach durchlesen. Und es gibt natürlich noch die Möglichkeit, hier sehr schön implementiert, das auf Facebook, Twitter oder auch per Mail zu teilen, direkt aus der Anwendung. Unten rechts kann man dann noch die Artikel wechseln. Also wenn man in einem Artikel ist, muss man nicht zwangsweise zurück und dann wieder einen auswählen, sondern man kann, wenn man eh alles lesen möchte, sich auch hier so durchnavigieren. Sehr, sehr schön, ist auch dann etwas übersichtlicher dadurch und es geht dann auch schon weiter im nächsten Reiter mit den Regionen. Denn das ist natürlich auch eine etwas örtlichere Zeitung und dort wird dann angezeigt, in welchen Regionen, was ist dort neu. Falls man zum Beispiel nur was über die Region Regensburg lesen möchte, kann man sich hier drin vertiefen und ganz auf diesen Bereich stürzen. So natürlich auch in den ganzen anderen Bereichen, die hier aufgeführt sind. Es gibt dann noch die Medien, denn die Zeitung bietet nicht nur Text, sondern auch noch Bildergalerien, Videos und ebenfalls Livestreams. Alles hier aus der Anwendung abrufbar. Klickt man zum Beispiel auf ein Video, lädt das kurz, ist bei dem iPod Touch 4G ein bisschen langsam, aber das liegt am iPod. Und dann kann man sich auch schon das Video hier direkt übers Internet anschauen. Feine Sache. So, es gibt noch mehr Reiter, die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Und zwar gibt es hier die Sektion Welt, also alle Nachrichten aus der Welt sind hier zum Beispiel Politik und Wirtschaft, Sport. Das sind diese normalen Resorts, die hier auch abgedeckt werden, was natürlich schön ist. Man bekommt auf der einen Seite die Nachrichten aus der Region, kann aber zudem auch auf die Weltnachrichten zurückgreifen. Dann gibt es hier noch den Reiter Meer. Da bekommt man noch Informationen zum Wetter, ein Spezialreporter und das E-Paper lässt sich hier ebenfalls abrufen. Da klicken wir auch nochmal kurz drauf. Das lebt dann nochmal ein kleines Weilchen. Und dann wird man hier in den App Store weitergeleitet. Das ist auch hier ein bisschen langsam, das liegt aber bei meiner Internetverbindung gerade nichts mit der Anwendung zu tun. Und hier kann man sich dann auch die jeweiligen E-Paper runterladen. Bei Bedarf. Genau, so sieht das hier aus. Das war es dann auch schon wieder von unserem Test. Die Anwendung kostet 1,79 Euro, ist aber sehr, sehr schön designt, hat ein schickes Design, ist ziemlich innovativ und auch die Nachrichten bekommt man dort sehr, sehr zügig. Von uns gibt es da auf jeden Fall eine Download-Empfehlung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.